Das ist eine Mitfahrt im 665, der Logestroff SB36. Ja, kann sein, er ist von 9,40. Ich glaube, der geht jetzt auch ganz so geil sein Hobby auf. Ja, ich bin früher regelmäßig bei Mitgefahren. Ich bin früher immer wieder mit meinem Armut zu tun. Ich bin früher immer wieder mit der Abflug zum Abflug. Der Abflug ist das an. Ich bin früher bei einem Armut zu nehmen. Der Abflug ist fertig, weil ich das jetzt nicht mehr so geil hab. Abflug ist es immer wieder in die Abflug. Spannende Vielen Dank. Danke. Danke. Super, habe ich das mal gewusst. VDL am Wasserdorf der 189. Kennzeichen konnte ich leider nicht erkennen. Nächste Haltestelle. Überruf. Gute Fahrt noch. Ja, tschüss. Ciao. Dies war eine Mitfahrt im 665 auf der SB6.